Hallo, ich bin Cara und ich esse gerne ab und zu Fisch. Mir persönlich ist dabei ganz wichtig, dass mein Konsum möglichst nachhaltig ist. Aber wie kann ich mir da sicher sein? Was bedeuten nachhaltige Fischerei und Fischzucht? Was muss ich beim Kauf von Fisch im Supermarkt beachten? Und was kann ich aus Fisch alles Leckeres zubereiten? Diesen und weiteren Fragen will ich mit dem MSC und ASC auf den Grund gehen und checke für dich in den nächsten Wochen den Weg der Fische und Meeresfrüchte. Vom Wasser bis auf den Teller. Also, komm mit auf die Reise und stell mir deine Fragen mit dem Hashtag Erzählmirmehr.